Der Palmsonntag ist ein Wendepunkt im Leben Jesu, weil er sich wirklich entscheiden muss, in welche Richtung sein Leben weitergehen will, ob er seinen Erfolg sucht mit seinen Wundertaten oder ob er sich ganz am Willen seines Vaters orientiert. Und ihm war ganz bewusst, dass der Gang nach Jerusalem zu einem sehr gefährlichen Gang werden wird. Er hat den Esel gewählt, um hier einzumarschieren in Jerusalem und damit eine ganz klare Botschaft verliehen. Es kommt ein Friedenskönig, denn ein Esel ist im Krieg absolut unbrauchbar, da braucht es ein Pferd. Wenn er aber mit einem Esel kommt, zudem auch dem Reittier der armen Leute nicht erreichen und mit ganz friedlichen Absichten.